Ich muss den Auftrag schnell machen Oh der ist oben! Capture! Capture! Was meinst du? Die haben vor dir Capture aktiviert, das heißt die haben einen Blick darauf, mindestens ein Team direkt auf dich Fuck was soll ich machen? Soll ich hier warten? Keine Ahnung An der Stelle würde ich warten, bis die Fighten oder dich vergessen oder so Ja, ich ziehe los Ne, hier war der glaube ich Muss nur kurz einen Schluck Kaffee trinken Ja, ich hätte euch gerne irgendeinen aufgehoben Aber das ist das was ich meinte Andi, du solltest so runter geben, dass jeder 4,5 hat von uns allen, weißt du? Dass der Überlebende wenigstens einen kaufen kann Gar nicht, ich wollte nur ein bisschen mehr wie viel 5 haben, dass er nur Platten oder so kaufen kann Ja, ja, 7, 4 Ja, ja Ja, muss ich schnell gehen Ja, war scheiße, ja Ich habe es dir gesagt Soll ich da hin oder was? Oder habe ich das gerade selbst ausgesucht? Ignoriert das Also Oh oh Das ist nicht dem Gegner, das ist dein Ernst, Alter Ey, der hätte nur noch so viele Einige Drohne über uns Ey, doch was Okay, du Schmanni Da ist Beideliche Drohne über uns Jetzt vergiss es, Andi, Andi, nein Oh mein Gott Du verlierst deinen Boden Das ist doch nichts mehr mit Schock Du musst nicht noch auf Deckung Oh, 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 oh 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 Nein, ich war doch schon weg Oh Aber wir kommen wieder, um es zu Ende zu bringen Wie der gesprungen ist aus der Explosion, habt ihr es gesehen? Oh